und hier mit ein herzliches willkommen beim tuxa so es geht weiter mit tomb breiter wo mich hier stehen geblieben speicherpunkt 31 schon so eben nicht auch stehen geblieben bei was die ich use mal den roski was viel bedeutet wie rostiger schlüssel ja komm wo seid ihr zack 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 ja das ist jetzt hier die große frage entwer vorschieben so wo muss ich jetzt hin kann ich ihm die oben was machen na cooler lichteffekt keine frage gut ich geht hier hinein aber ich habe hier ein ganz komisches gefühl nebenher rausgegangen weil das habe ich schon noch so in erinnerung dass jetzt hier was kommt irgendetwas genau so etwas hier einfach mal abschecken rutschpartie eine rutschpartie nicht gerade besonders hell hier einfach mal testen was meint ihr könnte man alleine ja komm versuch mal klug ne einfach mal rein was soll er gehalten ah ok ich hätte doch ganz gerne mal wissen was hier so abgeht da kann man ohne probleme sich einfach runterrutschen lassen ja herrlich wer was zum kaputtschießen aber natürlich gehen die lehre schade ich sammle auch so gerne etwas auf ja ich habe hier kein gutes gefühl oh das sieht ja cool aus hier ne oh was ist das denn ich habe mit tombrider 2 aber nicht viel gemeinsam aber nice einfach nur schön klasse mir gefällt das spiel immer besser oh 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 was ist das hier für ne platte kann man die öffnen oder wird die sich öffnen ok na lass uns mal überraschen was da noch so passiert die kann man schon mal hoch so was kann man dann machen nix ah da ist noch was da war ein bisschen sehr hoch aus hier sieht das auch oh das sind Schalter da ist ein Schalter vielleicht geht die Plattform hoch dann muss ich von der Plattform auf diese Plattform und dann kann ich da rüberspringen das ist der Plan Wasser und bei Wasser macht man immer so Patsch nichts für mich nichts für mich drauf sammeln Jo hier ist dunkel kann man da rüber Jo kann man kann man rutschen aha da kann man schaukeln haha ok ok was kann man hier machen noch mehr rutschen mhm tja jetzt ist ein guter Rad teuer ne ach ja kann man nicht verschieben kann man mit dir irgendetwas anfangen mhm please help me hm mhm hm ah wie kann ich stehen kann ich hier vielleicht hoch mh oh 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 Ich würde sagen, keine Ahnung. Oh, da ist ein Block. Da ist ein Block, den kann ich glaube ich schieben. Aha, ich sehe ein Rätsel. Was haben wir da stehen? OS- Frei übersetzt. War ich hier auch schon drin? Da ist doch was zum Kaputt schießen. Ha, diese Basen sind gemein, da ist nie was drin. So. Das müssen wir bestimmt da drauf drücken, ne? Aha, ich kann nicht schon mal drücken. Jetzt haben wir schon mal ein S eingedrückt. Was gibt am meisten Sinn? S-O gibt einen Sinn, ne? Ja, ne, da muss ich von der anderen Seite. Machen wir einen Minus. Kann man da drüber springen? Ne, glaub nicht. So, was noch mal richtig war. Schlimm war falsch. Äh, ich gehe mal gucken. Hallo Plattform. Warum kommst du nicht hoch? Das war jetzt eigentlich der Plan. Hm. Ja, ich würde sagen, ich teste mich jetzt hier nochmal so ein bisschen durch. Und melde mich dann wieder, wenn ich die Lösung gefunden habe. Hä? Kann ich die da überhaupt nochmal drauf drücken? Ne, ich kann gar nicht mehr drauf drücken. Okay. Und jetzt? Oh, sind die anderen... Kann man die anderen noch betätigen? Ne, die sind alle drin, ne? Okay, okay. Ja, dann laufe ich hier nochmal ein bisschen rum und... Schraube ich nochmal hier so ein bisschen um. Ob die Aktion jetzt irgendetwas bewirkt hat? Hier vielleicht? Nö. Komisch. Die Schaukel ist immer noch da, wo sie ist. Hm. Tja. Nö. Hier ist nichts. Wie komme ich her? Puh, 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 puh. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ist hier in etwa... Ja, die Tür ist offen. Ich weiß nicht, ob die vorher schon... ...offen war. Aber auf jeden Fall... Und hier ist eingesperrt. Ja, dann muss ich wohl mal da hoch gehen, würde ich sagen. Ja, eigentlich könnte man mal hier eine Fackel anzünden. Die möchten wir ja so ein bisschen umgucken, ich möchte ja auch was sehen, ich möchte ja wissen, was hier ist. Und vor allem, wer hier ist. Zum Beispiel hier. Wer bist du? Aha. Ein Brief. Oh, die Fackel hätte ich hier bestimmt nicht gefunden. Also, den Brief nicht gefunden, so. Okay. Gucken, was da passiert. Ja, das ist nur Gimmick. Ja, dann gehen wir einfach mal hoch. Up we go. Hm, ich sehe hier nichts. Das müssen wir eben ändern. Fuck. Okay. Okay. Oh. Das tut weh. Ja, wie springt man da am besten? Das ist jetzt die gute Frage. Dass es hier ganz dunkel ist, macht die Sache auch irgendwie nicht einfacher. Aber ich habe es geschafft. Ich bin schon mal drüben, liegt da was? Oh, das hat nur Einbildung. Okay, ist nur Einbildung. Tja, und nun? Okay. Ich würde sagen, wer sucht, macht klug. Ah, ich bin drüben. Hier bin ich richtig. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich jetzt hier machen muss. Dann geht eine Klappe auf. Achso, das ist bestimmt von dem Raum, von dem ich kame. So, hier haben wir hier nichts, hier ist nichts, dort ist nichts. Hm, was soll ich jetzt hier machen? Äh, rüberspringen kann ich auch nicht. Wohnt ihr im Nebel? Sieht verdammt nice aus. Das haben die richtig gut hinbekommen. Gefällt mir. Machen wir sofort den Screenshot. Hm, ich mache erstmal mein Monitor ein bisschen heller. Damit ich überhaupt was sehe. Ah. Mit ein bisschen Licht kann man auch etwas erkennen. Ah ja. Dann springen wir einfach mal da rüber, würde ich sagen. Ups, ei, 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 der war nicht gut. So, neuer Versuch. Neues Glück, würde ich sagen, ne. Und hier war auch ein Schalter, dann haben wir ja vorhin schon mal betätigt. Und nun? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Äh, doch. Da sind doch, dieses oben, ne. Cool. Äh, auf Zeit auch noch. Ei, 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 ei. Das ist ja mal wieder das Richtige für mich. Okay, ich will sagen, ich probiere es einfach mal. Schnell rüber zu springen. Ah, und das kann jetzt dauern. Das kann jetzt dauern. Und, das wird schwierig. Jetzt um die Ecke. Jawohl. Und, 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 komm, 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 komm. Ah, oh, ich lag ja noch in, äh, in der Luft gelaufen. Puh. Also, second try. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, für meine Verhältnisse. Ja, und jetzt? Was hat das jetzt bewirkt? Was hat das jetzt bewirkt? Der Schalter ist unten. So, einmal nochmal kurz abschecken. Die Tür ist zu. Die Tür ist auf. Oh, da war ich doch schon drin. Die beiden war ich ja schon drin. Äh. Ah. Was haben wir denn da? Das ist jetzt offen. Cool. Gut. Oh, Lara hängt fest. Oh, nö. Nicht festhängen, Lara. Festhängen ist uncool. Da bin ich schon wieder fest an diese komischen Schräge. Äh. Ah, hier ist der Leiter. Kann Lara da drauf. Da fehlen ein paar Strossen. Aber, hä? Oh, ist ein kleiner Bug. Hat da jemand eine Stufe vergessen? Egal, ich gehe einfach mal hinein. In zwei genügen. Haben wir hier noch irgendetwas? Nö. Gehen wir mal schön weiter. Oh, das sieht nach einer Rutschpartie aus. Ach komm, was soll's. Einfach mal hinunter. Und hinein. So, komm, sofort durch. Okay, hier komme ich nicht weiter. Hier ist eine Strömung. Bestimmt irgendwo ein Hebel. Hier vielleicht. Nein. Schön. Und jetzt? Hallo? Ah, ist da eine Kante? Ist da eine Kante? Ja, da ist eine Kante. So, wie komme ich da hin? Einfach ein bisschen sehr schräg. Ich mache mal einen Schritt zurück. Dann etwa ab hier vielleicht. Ah, kein Kopfschwung. Aber ab und zu macht Lara mal einen Kopfschwung. Ich weiß gar nicht warum. So, noch mal. Ja, geht doch. Genau, einfach die Strömung umklettern. Dann habe ich ein Wasserfall. Noch um die Ecke. Nee, das geht nicht. Oh, 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 oh. Oh, die Strömung ist ja immer noch vorhanden. Ah, da. Da geht's weiter. Oh. Das sieht nach einem löslichen Boden aus. Okay, geradeaus. Und dann rechts oder links. Ah, Hilfe. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah. Äh, wo bin ich? Ach du Scheiße. Ach das, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Irgendwo muss ich jetzt hoch. Nein, andere Weite. Falsche Weite. Ja, genau wie im Original Tomb Raider 2. So, jetzt aber. Was halte ich, wenn ich andersrum renne? Komm hoch. Oh. Aber einer hab ich noch mitbekommen, ne? Okay. Ah ja, ich erinnere mich da. Also es sind doch, glaube ich, mehrere Schwerter, ne? So, er sucht, macht klug, würde ich sagen. Oh. Das macht meine Energie. Mach ich dann noch. Okay. Ach, er hat jetzt gemacht. Hahaha. Game over. Okay. Okay. Ah. Ah. Oh, der war knapp. War vielleicht auch nicht gerade die beste Taktik. Keine Frage. Ich bin durch. Ah. Klingt ja alles so gut. Oh, ich seh da was. Das sind... Eins, zwei, drei Schwerter. Okay. Einfach nochmal springen. Und nochmal springen. Und nochmal springen. Und rennen. Äh, rennen! Höhöhöh. Nicht dummen. Höhöh. Ich hasse diese Taste. So, auf geht's. Okay, ich denke mal irgendetwas. Was kommt noch? Ach, ich weiß. Hier muss ich runterkommen. Schaffst du. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Ah, die haben sie gelassen. Cool. Ich erinnere mich. Ja, einen Schritt kann ich noch näher gehen. Oh, da hat schon ein dahin gerafft. Oh, ne. Ah, nö. Druck dich. Okay. Wir haben mal die Energie verloren. Oh, ne Cut-Szene. Cool. Ah, jetzt kommen die Dinos. Oder der Dino. Weiß nicht, war das ein oder zwei? Egal. Ey, was ist das denn? Das sieht ja aus wie die Brücke vom Tom Priler 1. Cool gemacht. Das sieht ja richtig nice aus. So, ich würde sagen. Oh. Oh, oh, oh. Hier kommt was. Hier kommt man auch nicht zu. Muss doch irgendwann noch eine sein. Oh, ne, die ist schon tot. Ah, auch diese Musik. Episch. Ja, würde ich sagen. Dann gehen wir mal nach unten. Aber die Brücke dieser Klasse kann man irgendwie auch drauf. Da ist auch, da ist noch ein Weg. Ah, nicht runterfallen. Ich habe irgendwo einen Weg gesehen. Da ist die Brücke. Also, über die Brücke möchte ich auf jeden Fall mal gehen. Da habe ich jetzt voll Bock zu. Oh, das sind Schräge, ne? Ich habe keine Lust, da jetzt runterzurutschen. Ah, ich weiß nicht, dass ich das mache. So, die Brücke möchte ich mir doch mal näher anschauen. Das geht nicht anders. Ah, nicht runterrutschen. Ja, Trump-3-1-Brücke zu mir. Cool. Das finde ich richtig gut. Da unten ist noch ein Gang. Hier unten ist der Dino. Und dieser Nebel. Ah, ist das cool gemacht. Ist das genial gemacht. Jawohl. Ah, wie ein Tom-3-1. Schön. Komme ich hier wieder hoch? Ups. Ah, da ist eine Kante. Da ist eine Kante. Da kann ich bestimmt wieder hoch. Da kann ich reinkriechen. Okay. Aber ich hätte mir auch Bock jetzt nach unten. Ich habe Bock auf den Dino. Oder erst mal, komm, bin ich gerade hier. Jetzt gehe ich hier einmal so ein bisschen um die Ecke. Vielleicht kann ich ja da reinkriechen. Aber für irgendwas muss die Spalte ja hier gut sein. So, hier dachte ich. Muss dann einfach nur der Rückweg... Ah, hier geht's nach unten. Und nach oben wieder. Okay. Was haben wir hier? Nix, ne? Äh. Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass Lara auch... ...vorwärts... ...rutscht. Ja. Deswegen. Ah. Oh. Äh, und du? Okay, ich kann um die Ecke. Das ist auch schon mal sehr gut. Äh, Lara, du sollst eigentlich... ...an die Leiter... ...da komm, Versuch, mach... ...ne, ist zu hoch, ist zu hoch, ist zu hoch, ist zu hoch. Haaah. So, an diesem epischen Punkt... ...äh, werde ich ja das Spiel erst mal beenden. Ich kann ja mal abschrecken, was passiert, wenn ich mich hier runter... ...rutschen lasse. Genau, hier ist noch so ein Mittelgang irgendwo. ...wohnen. Aha. grandchildren. Okay, jetzt funktioniert auf jeden Fall. Jetzt funktioniert auf jeden Fall. ...